So, ich recht herzlich zurück zu Seven Days to Die. Irgendwie sind alle sehr vollzählig und Minas, ist die Hütte zusammengebrochen? Ja. Was steht da der Arme? Ich muss Kühnschatz machen. Aber warum denn? Was hast du denn gemacht, dass hier zusammengebrochen ist? Keine Ahnung. Ich pflanze hier was ein. Wegen Statik, also ich sehe wahrscheinlich eine... Also war ein bisschen zu hoch und dann geht es nach unten. Ne, du hast die Stützen. Was hast du hier gemacht, ey? Ich habe auf dieses Stützen, diese Säulen, habe ich hier oben draufgesetzt und wollte einfach eine zweite Etage einziehen. Fand das Haus nicht so geil. Gut, lasse ich so, ich ziehe bei dir in den DPD ein. Was? Lassen wir. Ne. Ne, du brauchst jetzt eine eigene Bitte. Ne, weg dir jetzt dieses Holz. Echt jetzt? Ich glaube, du spinnst. Jetzt sind bei mir das Holz hier in den Inventar gar kein Problem. Danke, jetzt. Oh, mir. Oh, Mann, Mann, Mann. Und wie wurde dann vorher noch Saat, Jack? Ich glaube, bei dir ist was eingestürzt. Ja. Ich gucke so neben der Seite, weil ich da etwas angepflanzt habe. Guck ich so, öh. Aber wo anpflanzt du dir? Nee, ja. Mir, bist du jetzt ein bisschen ruhiger, oder? Das? Keine Drei-Straut-Mann. Prinzipiell könnte man nicht das so lassen, da können sich bestimmt die Zombies dran verletzen. Achso, ich würde jetzt mal meinen Rucksack holen. Ja, mach das. Na, und dann können wir gleich einen Ausflug machen. Warum? Minjas, bist du noch da? Minjas schmollt jetzt. Der ist gemutet irgendwie. Das weiß ich auch nicht. Was? Ja, ja. Wahrscheinlich streit der ins Kissen. Ja. Ja, der redet gerade wahrscheinlich ihn ja auch. Ich höre nicht. Ich höre nicht. Kurz ins Bad. Nee, nee, das würde ich hören. Kotzend. Das ging an mir vorbei, sozusagen. Der hackt ja fleißig weg. Also, der muss ja da sein. Ja, wahrscheinlich macht die Katze das. Mach mal weiter. Welche? Die neue? Ja, die neue Katze. Die ist, Street in Seven Days. Würde ich dem kleinen Drecksack zutrauen, dem Arschkeks. Ich wusste, er kann das. Ja. Ukrainer. Ukrainer, ja. Sprich Russisch. Das ist gefährlich. Alter, war das eine Aktion. Ach, wäre ich gerade ausgelaufen, dann wäre ich nach Hause gekommen. Nee, ich bin abgebogen. Ach, nee, wäre ich abgebogen. Wieso wechseln das Zeug nicht, ey? Oder hast du schon eh mal erntet, wo dann? Ich habe gerade einmal geerntet, genau. Ach, echt, ja? Ja. Und dabei habe ich ja gesehen, wie es einstürzt. Kannst du mir denn... Setz dich mal zu an. Bitte? Ja, setz dich mal zu da mit Kartoffeln und Mais. Nee, das Feld war ja nicht mehr richtig voll. Oh mein Gott, Zombie. Also, jetzt haben wir die Ernte quasi wieder umgewandelt in Samen. Ach, schade. Na gut. Na ja, schade, sonst wird es ja nie voll. Der Litt jetzt hier. Hast du gehört? Ja, die alte, die schon bei dir. Bei dir. Hier. Also. Hopp, rennen, komm. Mach sie platt. Mach sie platt, ja, ja. Mach sie platt. Ich wollte den Kopf platzen lassen, aber geht leider nicht. Und ich treffe mal den Sand. Verdammt. Ist jetzt traurig, Minhas? Ich habe eine Kiste gefunden. Das ist total spannend. Hast du echt? Ja. Ah, Minhas, wir haben Zombies. Ah, da ist ein Hund. Wir haben fünf Zombies. Wo? Bei mir, ja. Ich laufe mal einen großen Bogen. Dann schon wieder, Alter. Aber ich sollte auch mal meinen Rucksack holen. Ich will ja meinen Rucksack holen. Ah, hier ist diese Brücke. Und hier muss irgendwo mein Rucksack liegen. Da liegt er. Dann müssen wir, glaube ich, hoch. Check. Ich brauche Hilfe. Und da ist ein Laden. Nein, komm mal. Oh Gott. Nein. Jetzt ist... Der ist einfach wieder aufgestanden. Ich war gerade draußen. Ich komme immer auf einem anderen Bildschirm auf einmal, komischerweise. Jetzt ist er tot. Gott sei Dank. Oh, kommt schon. Ja, Nahkampfwaffen. Ich hasse es. Oh, tut mir leid, Minhas. Der liegt, sie liegt. Der Dicke läuft noch. Der Dicke, äh, ja. Feinbogen. Nein, nicht getroffen. Ja, genau. So sieht es aus. Geh weg, Wodan. Ich habe keinen Fein mehr. Ich kann nicht wegrennen. Der trifft ja dauernd. Egal, ich hatte eh nichts. Das hier, nicht Nahkampf. Vor allem nicht mit dem Pickaxe da. Was, der ist Minhas. Ja, Federn finde ich auch nicht mehr. Das war für Wodan. Der war für Wodan. Wir müssen aber hier gleich mal eine Federtour machen. Mit einem Rasenmäher. Neun Stück. Nicht so viel wird auf einmal. Ich habe keinen Bock mehr jetzt zu bauen. Ich hatte so eine Idee und die kann ich nicht realisieren, weil das Ding zu instabil ist. Ja, dann setzt doch ein größeres Fundament. Ja, es ist... Ich sage nichts, ruhig bleiben. Erkläre doch. Erkläre es uns, genau. Oh, jetzt habe ich hier Eisen. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Ne, ich baue jetzt nicht. Ach, Mann, Mädchen. Wollen wir denn was erkunden? Was? Vorsichtig. Was erkunden? Vielleicht. Hm? Hast du darauf Lust? Kumpel, du bist ein bisschen ruhig, Mia. Was ist denn los? Du sagst gar nichts. Ist dir bewusst, ne? Okay. Es ist angefressen. Es ist total angefressen. Unnütz. Ist das egal. Ja? Mann, sei da jetzt hier nicht angefressen. Okay. Wollen wir was erkunden? Wollen wir vielleicht was erkunden? Irgendwie. Richtung Süden mal. Ich habe einen Kaliper gefunden. Nice. Würdest du das bei... Achso, du hast es selber. Ne, du kriegst keinen. Naja, Tani. Ja. Warum hoch? Gib dir ja keine Axt und so. Bring dir keine Schippe. Da habe ich das natürlich nicht verdient. Hast du recht. Aha. Magst du selber eins? Ich finde es auch mal ganz fair, dass ihr auch mal was sagen könnt. Ich bin ja nur am Labern. Von daher werde ich mich jetzt die nächsten Folgen zurückhalten. Für immer. So. Alter, vier. Was? Nach Süden. Red, quit. Also ich habe hier... Süden Richtung Straße. Zweimal das Rezept für Sledgehammer gefunden. Schön. Und ihr lernt eh mal schon, ne? Einmal habe ich schon gelernt, ja. Ja. Und ich glaube, je öfter du das lernst, soll der Skillabend hochgehen. Echt? Gutmaßung. Es ist eine... Hat... Habe ich in irgendwelchen Kommentaren gelesen, ja. Also probiert habe ich es. Ups. Abgestürzt. Auch gut. Du Arschzombie. Aber können wir ja gucken. Ja, klar. Ich habe es zweimal gefunden. Warte mal, Sledge. Aber was geht denn da hoch, wenn ich das lerne? Keine Ahnung. Genau, das ist ja der Quatsch. Das kann ich nicht. Du lernst einen Hammer und lernst nochmal einen Hammer, ne? Jetzt kannst du zwei Hammers... Ich meine, dass du dein... Dein Skill, um den Hammer zu benutzen, verbesserst, eventuell, aber das... Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe es in den Kommentaren gelesen. Ist es da nicht Tool, oder irgendwie? Ein Hammer ist ein Tool, ja. Tool... Tool Mining... Nee, Tool Crafting. Aber wenn du hoch im Tool Crafting bist, heißt das nicht, dass du einen guten Hammer baust. Teig mir bei Tool und Wolves. Ja, ja, tatsächlich. Bei Tool und Wolves hat er zuerst feststellt. Wo war denn der... So, und hier haben wir noch ein drittes Mal. Ja, das... Warum ich nicht? Ach, Federn, Mann. Ja, das ist schon ganz schön weit voraus, wiegt das der? Macht jetzt Amoklauf. Der macht jetzt hier Suicide. Ne, ich brauche Federn. Ich auch. Das ist so ein Camp, Dings. Das ist schon gut, dass ich das Wood dagelassen habe. Ich... Profi. Ich habe Wood, aber... Du wahrscheinlich auch. Ich habe eine super Axt. War da eine Anspielung? Du musst Camp ausrauben. Hier ist ja jetzt das verlorene Gebiet. Da geht es nicht so gut die Interesse dran. Ich habe immer so... Da findet man aber sehr viel Federn. Eben, hatte schon recht. Ja, weil das leicht... Stimmt, weil das leicht... ...zu überschauen ist. Du musst halt nicht wie ein Beklopter die ganze Zeit auf den Boden gucken. Oh, guck mal in das. Boah, es gibt doch wenige. Da sollte man schon gucken, aber... Die Erde ist ja eher auffällig. Da guckt man eher hin. Putt, 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 putt. Wir können es nach. Oh. Auf den Häusern ist... Auf diesen verlassenen halben Häusern gibt es doch immer ein Lester. Ah, stimmt. Oben, ne? Ja. Auf der Fläche, ja. Der jetzt hier. Letterschess dann. Cool. Hüpf. Minas? Ist da unten? Okay. Ihr seht ein Licht leuchten in der Ferne. Spenden in Trost. Also weiß ich, wo ich nicht hingehe. Nein. Komme doch. Zum Schluss noch verzogen wird. War es in dem Haus schon drin hier? Nein. Alter, wieso geht ihr hier nicht kaputt? Geht doch kaputt. Doofe Tür. Ist halt so, wenn der Chef nicht redet, dann ist das allgemein eine ziemlich ruhige Folge, ne? Mmh. Wenn der Chef mal schlechte Laune hat, so. Ich habe keine schlechte Laune, ich bin nur still. Ah, na, da... Also mal halt die Fresse, sonst haben wir Beef. Habt ihr doch sowieso schon. Mann, Mann, Mann. Ist ja nichts Neues. Oh Mann, diese Graucher sind aber echt scheiße. Ja, ich lasse die fast nur noch in Ruhe. Das ist mir nischt. Ah, ne. So viel Fehlern habe ich jetzt nicht gefunden. Ich bin jetzt bei 79. Oh, Mining Helm. Nice. Für die nächste Nacht. Der fette wieder. Ne, ist da. Oh, Nest. Und kein Platz für Federn, verdammt. Okay, ich lerne jetzt... Ich lerne jetzt größeren Inventarplatz. Alter, wie hier bist du... Ich habe jetzt einfach nochmal so ein Rezept gelernt. Keine Ahnung, ob es das bringt, aber ich habe es gelernt. Was hat denn der gemacht? Ein Ausfallschritt ist von die Hocke gegangen. Ja. Da ist mein Level. Ich muss eigentlich wieder nach Hause. Ich muss craften. Komm, ich helfe euch. Du Arsch! Was? Steht er wieder auf, oder wie? Ja, er wollte wieder aufstehen. Was ist noch einer hier? Äh, Mines? Danke. Nein. So was ausziehen, ist 41 Grad überhitzt. Ist Schrott. Ich rieche aber, warum rieche ich? Ach, ich habe noch ein Stück Fleisch in der Tasche. Keine Idee, wo du craftet. Nee. Ich war schon lange nicht mehr duschen, weiß ich, passt mich euch ja an. Ja, aber gerade bei dir findet das eigentlich nicht so gut. Ich muss da in der Masse untergehen. Also, die einzige Frau könnte ruhig wie eine riechen und nicht wie so ein... Mhm. Wie so ein Mann. Naja. Mhm. Eine Horde Hyänen. Ja. Haha. Ein Hyänenrudel. Ja. Wo zu Hause? Mir ist zu warm. Mir ist zu warm. Ja. Stimmt, da könnte ich mal mit aussehen, ja. Aber ich will gar nicht mehr. Ich bin jetzt bei 100 Fehlern, ich glaube, das reicht erstmal einen Moment. 100? Ja. Ups. Gehen wir weiter Richtung Süden. Macht ihr schon einen Ausflug oder was? Ja, mir ist es... Okay. ...peitscht. Ja, alles klar. Ja, die finden halt keine Fehler, das ist das Problem. Also, den Nachkampf kannst du vergessen. Ihr müsst da ja von der Straße runter... Ich bin ja hier schon ein bisschen abseits. Hinten kommt übrigens Wüste dahinter. Cool. Gläser oder so. Oh, fuck. ...drinne. Oh, Federn. Ganz zu viel. Also, ich habe jetzt nochmal 19. 94 Feiler mache ich gerade. Wo hast du 9? Oh, blöde. Noch niemals 19 Feiler. Keiner mag Klugscheißer. Mach wieder an. Minias, sag was. Nochmal 17 Fehlern obendrauf. Oh, 7. Jetzt erhöht sich. Es wird besser. Hier ist noch ein Nest. Empty. Oh, 14. Das ist ein neuer Rekord. Ist untouched, warte? Zwei Eier. Soll ich jetzt noch 1? Das ist empty. Airdrop. Ah. Drop, drop, drop. Oh, der kommt bei euch, ne? Jawohl. Südwesten. Ne, Westen. Holt ihr den, ja? Ja. Ja? Auf dem Weg. Cool. Verlier nicht aus dem Auge. Warum? Also, sie spricht das Rodan an und meint Minias. Ja, Minias läuft doch zum Airdrop, oder? Ja. Ja. Dann soll er dir nicht aus dem Auge vernehmen. Hallo, wer hoch? Oh. Oh, fuck. Oh, da war keins. Hm. Berg ohne Rennen ist nie so ganz ohne. Wie viele Woodframes stecken denn sozusagen, also bleiben denn hängen, wenn man sie in der Luft baut? Hintereinander. Versteht ihr, wie ich meine? Fünf konnte ich setzen. Weil deine Konstruktion ist auf über sieben ausgelegt. Deswegen ist sie wahrscheinlich zusammengestürzt. Nein, nein, nein. Doch. Nee, hier vorne nicht. Doch, dann ist die Säule weggebrochen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, also hier oben vorne. Ich würde sagen, nee. Skillpoints. All right. Nice. Weißt du den Airdrop noch? Keiner. Ich habe ihn gelootet. Okay. Keiner? Ich wollte sagen, keiner will wissen, was im Airdrop war. Was war denn drin? Könnte ich nicht sagen. Wie, dann sag's doch. Müsst du euch töten. Ich gucke keine Folge. James Bond Mission? Iron Armor, SMG Schematik, diverse, also mehr Medizin. Sechs Antibiotika, sechs Medipacks. Schönes Ding. SMG Schematik, weiß ich nicht. Haben wir noch nie benutzt, oder? SMG war bis jetzt auch immer nicht so gut. Oder ich sag mal anders. Ohne eine Munition. Die war schlecht, ja. Nehme ich doch eher eine Pistole oder sowas, oder? Aber lass es nicht da, ne? Ruhig mit, ne? Ich habe es jetzt da gelassen, weil wer will das? Ich hasse dich. Ich glaube, du verarschst mich. Ach, das ist der Verarsch. Krass, das ist der Verarsch. Krass, das ist der Verarsch. Wir hoffen uns auf der Straße. Das ist ein Riesenprank. Jetzt gefolgen. Der Prank im Sprank. Prank im Minus. Vergesst nicht den roten Pfeil auf dem Thumbnail. Unkreis. Letztens von Behind habe ich ein Video gesehen dazu. Was sich darüber aufregt, dass das, also nicht aufregt, sondern dass er einfach mal erklärt, wie die Leute heutzutage Videos machen. Beschandsaufnahme, ja, ja. Ja, Beschandsaufnahme, genau. Das war echt gut. Aber ich finde das problemisch, sowas. Ich gucke den echt immer gern. Ich habe früher immer seine Filmdienste und so ein Kram gelesen, äh, gelesen, angeschaut, die Videos. War so eine der wenigen, die ich gelobt habe. Aber, ich weiß nicht, sowas ist unnötig, oder? Ich meine, das weiß man doch. Muss man das aufzeigen? Ähm. Das ist, was ich meine. Also, ich finde es immer unnötig, das auch hinzuweisen. Also, ich meine, noch mal. Na ja. Ich finde es nicht schlimm. Was habe ich noch an, was mir wahr macht? Leatherglas, aus. Muss ich jetzt hier was noch machen, oder was? Ah, es ist ein Mixbräu. Oh, nein. Was denn? Ich brauche Crush Sand. Übrigens, der liebe Xanko hat uns den Tipp gegeben, nicht die Workbench zu benutzen. Denn, ähm, wenn wir in der Workbench craften, skillen wir nicht genau. Ja, das ist echt scheiße. Also, dafür kriegen wir keine Skillpunkte. Ähm, machen wir jetzt weiter? Ja, ich würde mal sagen, ich sage ab und bedanke mich recht herzlich, dass ihr zugeguckt habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.